Moin meine lieben Freunde, willkommen zu einem endlich mal wieder Glitchery-Ein. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da und schreibt gerne mal wieder einen Kommentar. Würde mich natürlich sehr freuen. Das mit dem Testspiel hat sich abgehakt. Ich sage immer nichts an mir. So, jetzt ist es wieder da. Wir sind dabei die Knochengruppe zu verlassen. Und ja, eigentlich ist nichts ungewöhnlich. Los, kann ich irgendwas upgraden? Nö. Ich habe sowas gratis. 10 Juwelen ist das. Nein, ich weiß es selber, aber egal. So, dann geht es weiter. Es geht jetzt um den Dings. Wir wüssten es alle. Um den Knochen-Dings. So, erstmal den. Dann in der Defensive ein bisschen. Ich habe geschätzt, ewig nicht mehr das Spiel gegämen. Los, 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 los. Ja, sind die Offline. Das wäre natürlich praktisch. Das ist ein Offliner-Sieg. Das wird schwer. Nein, 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 nein. Wenigstens den einen, die Wahlchöre. Können wir denen auffallen? Es sieht schlecht gerade aus. Eigen, du hast den Clash Royale. Gerade gar nicht. Natürlich liegt es auch ein bisschen an mir. Weil ich einfach nicht der absolut perfekte Clash Royalkämpfer bin. Ich will nicht sagen, dass ich ins krassen Clash Royale bin. Ich will gar nicht behaupten, oder sonst. Die Welt setzt auf jeden Fall. Führen wir hier? Drachenbaby, los. Ich muss das jetzt verteidigen, Ausgleich. Mann, nein. Nein, bitte nicht. Haltet ihn auf mit allem, was wir haben. Haltet ihn auf. Und jetzt unser Doppelsturm. Den müssen wir auffallen. Wenn wir jetzt nicht wandern. Los, 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 los. Ja, locker aufgehalten. Das Schweinereiter, los, ab in den Sturm mit uns. Jetzt sieht es gut aus, dass wir hier vielleicht gewinnen. Los. Ja. 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 Yippie, yippie. Ja, jetzt sind sie auch offline. Ja, das ist der Sieg. So, 3,1 und jetzt haben sie ihn. So. Ich gucke nebenbei hier gerade. Hat ein anderes auch noch. Nehmst du, aufnehmen. Im Moment habe ich keine Aufrufe bei den Videos. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Werbung wieder machen. Einfordern, das ist auch schon mal ganz krass. Uff, Juwel, Ding, Mini-Pekka und die Skelette. Ja, moin. Ich liebe die Dinger. Und wir haben, welchen Winkling soll wir nehmen? Entschuldigung. Die epische Karte. Zwei neue. Die werden natürlich beide sofort in die Status kommen. Mini-Pekka ist mal raus. Und wahrscheinlich, ganz ehrlich, vielleicht die. Und ganz ehrlich, jetzt kann man doch mal machen. So. Und jetzt mache ich doch mal die, soll ich die Kamera mal anmachen? Kamera. Warte. So, jetzt wird sie andere. Moin, Leute. Wie sagt, wie, guckt mal, guckt mir mal bitte mal meine Witze an. Sie sind richtig gut gestern geworden. So, wie, aus. Jetzt ist sie wieder weg. Das ist die ideale. So, Abbruch. Ach, komm, wir kämpfen. Wir wollen mal, Leute. Sag mal, wisst ihr ja nicht, wie man im Kling... Uff, und haltet ihn lieb. Los. Wie lange kann sie ihn beschäftigen? Wie lange ist jetzt die Frage? Nicht lange. Drachenbaby. Wann kann ich die Riesen endlich mal... Wann kann ich die Bombe endlich setzen? 548. Wie viele habe ich? Skelettarmee. Die losräumt sie im Base. Sie reißt die Base ab. Gut. Gut. Macht Schaden. Los. Oh, shit. Slow motion. Slow motion. Walchöre. Normalerweise sollte sie sich alle aufhalten. Die Interesse. Habe ich mir auch kaum anders vorgestellt. Jetzt bringen wir auf jeden Fall... Das ist das Riesentier. Das ist jetzt ein Kampf. Normalerweise ist das Sieg für uns. Bitte. Korb. Wir bringen rechts den Nächsten, wenn alle in die Luft gehen. Wusste ich. So. Hoboltfass. Das wird ein ganz, ganz knapper Kampf werden. Aber der macht ja da rechts richtig schadenlos. Vielleicht sogar das 1-0. Nein, natürlich nicht. Los, los, los. Es muss verteidigen, verteidigen, verteidigen. Es muss verteidigt werden. Verteidigt den Angriff. Jetzt mit den Riesentier. Lett Army. Auf die Scheiße. Das war nicht gut. 1-0 ist gesich. Aber rechts. Sieg. Habe ich gar nicht. Ich habe irgendwie nur auf den links gesagt. So. Heute läuft es ja richtig krass. Gewinner. Natürlich haben es die neuen noch nicht so gut. Die Kleinen. Da freue ich mich jetzt schon ein bisschen. Wir sind bald in der nächsten Arena. Oder? Wir sind so gut wie in der nächsten Arena. Sechstausend. Wir können heute noch die nächste Arena schaffen. So. Bitte. Das wäre krass. Das wird es ja heute der beste Episode, die wir hatten. Dafür müssen wir jetzt aber auch gewinnen. Wir brauchen Siege dafür. Ab in den Sturm. Jetzt die Mini-Armee. Macht die vielleicht den Unterschied? Ist fraglich. Jetzt brauche ich Verstärkung. Ich bring ihn jetzt. Der soll sich alle aufweilen. Der soll sich alle aufweilen. Jetzt seine Bombe. Ich preis das aufgeregt. Und jetzt laufen die da alle rein. Kabum. Nein. Aber leider ist es einer. Der Mini-Packer ist durchgekommen. Nicht so krass. Verteidigt das. Drachenbaby. Verteidigung. Das hätten wir anders verteidigen müssen. Skelett-Armee. Haltet sie auf. Natürlich nicht die, Mann. Gut. Verteidigt. Jetzt werden sie abgeschossen. Sollten sie abgeschossen werden. Entlastung. Wir brauchen das. Gleich. Gleich. Ausgleich. Komm, bitte. Bitte. Nein. Aber das geht. Ach, wir hätten näher dran. Hätt ich... Ach, Mann, Alter. Jetzt flippe ich komplett geradeaus. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Riesenskelett. Richte es. Verteidige uns. Verteidige uns. Bombe, Bombe. Ah, verlieren wir. Ach, Mann. Mann. Nein. Nein. Alter. Habt ihr eigentlich Tipps? 566 mit einem Sieg. Kann man 34. Wird wieder schwerer. Mich würde es auch wundern, wenn wir auch nicht... Ich will auf jeden Fall die nächste Arena. Die sind etwas... Im Übrigen wieder den nächsten. Den sollten wir locker aufhalten. Da, rechts. Den nächsten Stürmer. Den werden sie jetzt vergessen. Habe ich dir gesagt. Der macht da recht erst mal richtig schaden. Der wird abgeschossen. Und dann können wir riesen Skelett vorne bringen. Bitte lasst ihn vorne ankommen. Dann vergessen. Bitte nicht da verrecken. Bitte. Das kostet ihn aber Zeit. Und jetzt bleibt die Bombe da liegen. Ja. Der macht da auch noch Schaden. Und dann fehlt euch das 1 zu 0. Riesenrechtsentlast zum Fetzen. Damit wir da wenigstens mal ein bisschen was hinkriegen. Und da erst mal. Ja. Na. Vielleicht das 1 zu 0. Das 1 zu 0 ist sicher. Jetzt das Drachenkind. Hexe. Los, 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 los. Es wird schwer. Schieß ihn ab. Schieß. Feuer. Gut. Und jetzt die Armee davor. Die sollen die Schaden machen. Ich bin voll nervös. Nein, natürlich nicht. Los, los, los. Ja, 1 zu 1. Sicher. Jetzt bringe ich gleich das Riesentier. Das Riesenundtier vorne. Ich glaube, das ist der Sieg. Ja, ist er. Ja, jetzt sind die hier. Und jetzt kommt noch der Puggy. Sieg. Dritter Sieg im Spiel. Haben wir jetzt bitte die neue... Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele Trophäen weggemacht haben. Nein, das ist egal. Wie kurz wurde er. Isch. Ja, ich spiele einen. Du gehst hin. Bomber. Und. Und 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 und. Ach, der Feuerball juckt mich nicht. Mann. Feuerball juckt mich einfach nicht. Minipacker abgeben. ich sag dir, der wird irgendwann mal wieder eingesetzt werden, Level 6. Ich gräte das einfach mit Absicht alles ab. Schreib mal gerne mal in den Kommentaren, ob ich das so weitermachen soll oder ob ich es einlassen soll. Den Bonn war für mich irgendwie auch nicht so heftig. So, wir können Gollum bald kriegen. Boah, heute vielleicht wieder Broadstars, muss man mal schauen. Warum? Bisschen kurz bevor die neue Arena, was ist denn da? Leine, das macht dann aber auch irgendwie keinen Bock. Oder vielleicht doch nicht offline. Vielleicht einfach so schlecht. Bitte komm noch irgendwie da an, bitte. Bitte. Ja. Jetzt Entlastung. Das bringt nichts. Auch rechts trennen die alle durch. Richtig. Los. Ich hätte Nahkämpfer vielleicht bringen sollen. Koboldfass. Los. Der macht dann fast ein paar Schaden und jetzt die Seite. Drachen. Komm, ganz ehrlich, das ist ein Drache. Wir brauchen die Entlastung jetzt. Wir brauchen jetzt erstmal vorne wieder. Momente, dass wir noch im Grenzen. Jetzt ziehen erstmal den Ritter, bitte. Den Ritter, komm, das ist nur ein Ritter. Ja, und jetzt, das ist wichtig. Das ist stark. Gut, wir brauchen die Entlastung vor einem Sturm. Wir bringen die Entlastung vor einem Sturm. Der rennt nicht ehrlich ihn hinterher. Alter Mann. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind die hohe. Jetzt rennt er los. Die Wahlköhre. Macht nicht den nötigen Prozent. Wir haben fast das Ausgleich. Ja, das haben wir. Nein. Schieß ihn ab. Gut. 1-1. 2-1-Führung. Wir können jetzt vorne angreifen. Und jetzt bringen wir natürlich alles oder nichts. Alles in den Sturm. Irgendwie die aufhalten da vorne. Irgendwie sie beschäftigen. Mit so'n Leuten kann man sie beschäftigen. Vor all dem. Mit so'n Leuten. Rieselos. Die sechs zu dir normalerweise gleich alle. Hexe. Die kommen nicht richtig nach vorne. Aber wir auch nicht. Nein. Jetzt bringen die was. Die sollen sie jetzt erstmal auffalten. Los. Ich bin ein bisschen. Nein, 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 nein. Das Ding hat sich gewendet. Und jetzt nochmal was in den Sturm geworden. Wir sind in der neuen Arena. Wir haben's doch noch geschafft. Ganz wichtig. Ich erschläge glaube ich jetzt noch mal ein Clan. Neue Arena. Wir können jetzt die Barbeeren alle holen. Da, Eisenkolumn. So weit waren wir doch nie. Doch, ich war im Backen. Ich will gerne Silber einstellen. Neue Gründen. Ich werde jetzt einen neuen Clan. Ich werde jetzt einen neuen Clan-Namen stellen. Ich nenne eigentlich alle Clan-Stimuskeltiere. Abzeichen. Auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal. Was sieht denn schön aus? Oh, Deutschland. Aber ganz ehrlich. Ich nehme jetzt mal die. Zeit. Zeit. Neet. Und. Eigentlich. Und. Wie hangst du? Wo ist der Mode? Was ist das? Hm. Ja, das reicht schon. Hoffen, benötigt Trophäen. Null gründen für tausend. Egal. Habe ich überhaupt das Geld klären gegönnt. Ein Mitglied. Jetzt schreibe ich nochmal. Hi. Also, wenn ihr Clash Royale spielt, geht in meinem Club. Ich habe genug Zeit dafür, dass ihr da reingeht. Wie schickt man eine Anfrage? Wie schickt man eine Anfrage? Habt ihr eine Idee? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Also, nächste Folge kommen wir auf jeden Fall zu den neuen Links an. Und ja. Also, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Lasst gerne wieder ein Like und ein Abo oder Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Heute spielt übrigens weitere Bundesliga. Hamburg habe ich vorhin gerade geschaut. Schaut, die krass gemacht. Haben ja Haushoch gewonnen. Alle haben ja 4-2 gegen Braunschweig gewonnen. Bayern spielt, glaube ich, heute. Ich gucke später noch härter. Das liegt bei mir noch so an. Ciao, tschüss, euer Tom. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, tschüss.